Moin, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ich wollte mal in Dismantle reinschauen und mal gucken, ob ich das Maus und Tastatur machen kann. Wir können das auch mit Controller machen. Ich wollte das mal reingucken. Ich würde sagen, wir wollen mal Emojis anzeigen. Beispiel, ich denke nach. Machen wir Emojis mal an, oder? Farbenblindheit-Modus brauche ich nicht. Abenteuer beginnen. Los geht's. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. We all do what we must, just to survive, just to exist. When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies. But that was years ago. Nothing's left now. I have no idea what awaits me at the surface. But I can't stay here. All I know is that there's supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. Song Garden? Song Garden? Sieht doch gar nicht so übel aus. Okay. Lass es schlagen. Hm. Okay, ich muss es schlagen. Okay. Oh, Scrap gekriegt? Okay. Das geht nicht. Ich will den Schaden auf zwölf. Da kann ich ja auch nichts rausholen. Okay, wir sind also im Bunker gewesen und jetzt sind wir auf einer Insel hier. Und das verschiedene Inseln oder was? Wessen Lager ist das? Okay. Naja, es ist jedenfalls... Naja, jetzt ist es jedenfalls meins. Okay. Feuer entzünden. Was haben wir hier? Materialien einlagern. Ah, mit E kann ich Materialien einlagern. Okay. Das ist also das Tutorial-Level, würde ich sagen. Lesen. Drücke, um zu schlagen und etwas zu zutrümmern. Okay. Das haben wir schon gemacht hier. Das geht nicht. Das haben wir mitgenommen. Okay. Untersuchen. Verbessere eine Brechstange und zur Trümme damit Hindernisse annehmen. Wie kann ich denn Sachen verbessern? Zerlege Hindernisse mit der Brechstange. Hindernisse mit der Brechstange zerlegen. Rechtsklick? Nein. Das kann ich kaputt machen. Okay, das ist noch irgendwas. Okay, Blätter. Oh, hier ist noch mehr. Kann ich die Kamera drehen irgendwie? Jo, kann ich. Okay. Interessant. Ich kann die Kamera drehen. Warten wir da hin. Lesen. Okay, das wissen wir schon. Ich kann hier Blätter auch noch mitnehmen, oder was? Was ist damit? Okay, wir müssen alles mitnehmen, was nicht in die Lage fest ist. Okay. Verbessere die Brechstange im Lager. Hier oder wo? Feuer entzünden, Materialien einlagern. Wie kann ich die da verbessern? Im Lager. Zurück gehen wir nicht mehr. Okay. Kann ich ein Map anmachen, oder was? Ne, kann ich nicht. Wo ist denn das Lager? Das hier. Feuer entzünden. Wie kann ich denn Inventar? Jo. Gegenstand. Gepäck. Quests. Flucht von der Insel. Finde eine Möglichkeit, aus dieser Hölle zu entkommen. Zellige Hindernisse. Okay. Ich verbessere die Brechstange im Lager. Frage ist, wo ist das Lager? Okay, da kannst du sagen, wohin damit. Hilfsmittel. Fassmaterial. Fassmaterial, Gegenstände einer Verbesserung erhöht. Okay. Wie kann ich das jetzt hier verbessern? Rezepte, Baupläne. Da. Verbesserungsmaterial. Okay. Kannst du auf der Tat hin benutzt werden? Powerangriff ist gedrückt halten. Okay. Kann ich das hier bauen direkt? Hm. Fertigkeiten. Keine. Materialien. Okay. Wo kann ich das denn reparieren? Ich hab die Sachen hier. Nee, kann ich... Moment. Erhöht den Schaden auf 10? Ist das das Lager hier? Da komm ich nicht hin. Okay. Kann ich... Hm. Wie komm ich denn da weiter? Im Lager solche Sachen... Oh, es ist noch mehr. Okay. Da komm ich aber nicht durch. Weglegen. Ich kann das weglegen, wenn ich hier drauf drücke. Okay. Verbessere die Brechstange im Lager. Zerstöre den hinderlichen Schrank. Das heißt, ich muss erstmal zurückgehen. Muss ich das hier einlagern? Okay. Und jetzt? Kann ich das hier bauen, oder? Feuer entzünden? Warte mal. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wie kann man das verbessern? Geschöpfe. Schlüssel. Quest. Verbessere die Brechstange im Lager. Ja, das ist schön und gut, wenn ich weiß, wo das Lager ist. Ich denke, das wird hier am Lagerfeuer sein, aber... Wie kann ich das verbessern? Hm. Da brauche ich noch was anderes. Gute Frage. Nee, da können wir weitermachen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo unser Lager ist. Wie gesagt, hier. Okay, jetzt habe ich das noch mitgenommen. Lagerfeuer. Machen wir mal an. Entdecke und entzünde Lagerfeuer. Oh, die müssen wir anmachen, okay. Jetzt haben wir ein Lager, alles klar. Ausrüstung verbessern. Also wir müssen Feuer anzünden, um ein Lager zu machen. Hier, das können wir verbessern. Und das hier können wir nicht, weil wir brauchen mehr Pflanzenreste und Stofffetzen. Kann ich das noch mehr verbessern? Nee, Metallschrutt und Morsches Holz. Gepäck. Aha, okay, alles klar. Also ein Lagerfeuer anzünden gibt Lager, alles klar. Kann ich auch rennen? Jo, kann ich mit Shift, okay. Dann kloppen wir mal. Jetzt ist der Weg frei für dich, voranzuschreiten. Okay, Belohnung abholen. Wir nehmen natürlich alles mit, was nicht in den Lagerfass ist. Jetzt können wir das auch mitnehmen, okay. Können wir den auch kaputt machen? Jo. Können wir jetzt also ein bisschen mehr kaputt machen. Das hier? Nein. Moment, ist ja noch mehr. Okay, habe ich alles mitgenommen hier? Ja, sieht so aus, ne? Wir gucken mal gerade, ob wir hier noch was machen können. Da ist noch ein Fass. Ich nehme natürlich alles mit, was nicht in den Nagel fest ist. Den hier können wir nicht kaputt machen. Nein. Da richtig, das wechselt euch keinen Schaden an, okay. Dann laufen wir mal. Da haben wir eigentlich sowas wie, ähm, ne, Stamina so haben wir nicht, okay. Schaden muss auch 15 damit werden, hier. All working evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the crown station. Okay. Wink. Okay, hier. Finde, koche, jetzt auf der Stelle, äh, kochtopf drauf, okay. Schade, das ist über Buchrad hier, ne? Ist das unsere alte Bude oder so? Vielleicht sollte ich mein Gepäck verbessern. Moment, kann ich mein Gepäck verbessern jetzt? Oh, hier kann ich jetzt auch kaputt machen. Okay. Okay, ich sollte erstmal verbessern wahrscheinlich, weil das Zeug kann ich nicht mitnehmen. Zum Lagerfeuer gehen. Ach, das geht automatisch da rein. Okay, aus, das muss man verbessern. Das kann ich noch nicht verbessern. Mir fehlen Stoff fetzen. Also, das reicht noch nicht. Okay. Sofa kann ich auch nicht kaputt machen. Na toll. Das Stoff fetzen hier? Nee. Okay, was haben wir hier? Gedrückt halten und ziehe um die Kamera. Achso, das wissen wir schon. Ist hier noch was? Da können wir noch was gucken. Wir haben einen Stoff fetzen gefunden, aber nur einen. Wurde ja echt lange nichts mehr gemacht, ne? Da ist noch ein bisschen was, okay. Das kann ich nicht mitnehmen, weil es ist draußen, okay. Ich bräuchte einen Stoff fetzen. Ich nehme einfach alles mit, was ich mitnehmen kann. So, kann ich die Blätter hier auch noch mitnehmen? Kann ich. Jetzt nicht mehr. Kann ich alles nicht mehr mitnehmen? Kann ich das alles einlagern, wenigstens? Ach gut, du kannst nur so viel mitnehmen, wie dein Inventar hergibt. Okay, und dann ist voll. Dann nehme ich erst mal so viel mit wie möglich, oder? Das ist ja wieder ein bisschen Ordnung schaffen in der Bude hier. Das war so eine Bude wahrscheinlich. Gehe ich davon aus. Also wenn die jetzt nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, das lagere ich noch ein und dann gehen wir raus. Ich habe nämlich Befürchtung, wenn wir ausgehen, ist hier richtig nur der Mann. So, wir können also unbegrenzt lagern, so wie es aussieht, ne? Oh oh. Nicht mehr menschlicher Schläger, ein Nahkämpfer, der sich einen größeren Horn am stärksten fühlt. Allein ist er relativ harmlos. Halte, gedrückt, wenn du ein Nahkapazit erfasst hast, um einen Powerangriff zu führen. Drücke. Okay. Ach so, kann ich markieren, oder kann ich? Huh. Tüte, Monster, egal für welche. Neues Monster, nicht mehr menschlicher Schläger, okay. Puh. Schläger auf 15, okay. Also müssen wir schon gucken, was hier rumrennt. Hm, gehen wir erstmal hier lang gucken wir mal gerade. Ist hier noch was tolles? Da geht's zum Sportplatz, da gehen wir gleich hin. Hier können wir nachgucken. Stoff. Wieviel brauchen wir? Vier, ne? Ich bin mir nur nicht sicher. Wie das aussieht, wenn wir, ähm... Habe ich alles mitgenommen? Jo. Ich gehe erst mal wieder zurück. Oh, das... Ne, das ist noch der hier, okay. Das wird spaßig, wenn hier nachher mehr rumrennt. Ich glaube, ich kann den Rucksack jetzt verbessern. Vielleicht können wir da mehr mitnehmen. So, Gepäck. Zehn und vier. Haben wir das? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Nicht ganz. Einstofffetzen fehlen uns noch. Da fehlen uns noch... Oh, da fehlen noch Morsches Holz. Wir brauchen also mehr Holz. Wie cool, dass wir so chillige Mucke haben eigentlich. Interessant. Okay. Oh, da ist wieder einer. Oh. Okay, jetzt haben wir definitiv genug zusammen. Der ist... Der ist respawned, also wenn wir, äh, im Lagerfall sind. Alles klar. Dann können wir jetzt aber verbessern. Okay, jetzt brauchen wir Morsches Holz und Stofffetzen mehr. Jetzt haben wir ein Slottes zugericht. Okay, nice. Können wir also fünf Items mehr tragen jetzt. Und wir müssen natürlich jetzt hier den nochmal kaputt machen, ne? Ja. Ich bin jetzt Stufe 2, alles klar. Wir müssen nach Osten, also gehen wir... Du hast eine neue Stufe erreicht, gehe aus dem Lagerfall zurück und erfinde ein neues Rezept, das dir auf deiner Ölis hier helfen wird. Ein Wurfmesser. Echt jetzt? Kochtopf. Ja, Kochtopf wird mir was bringen, tatsächlich. Ich würde aber gerne noch ein bisschen was erkunden. Drehen. Lesen. Zur Erinnerung an die Ureinwohner der Insel. Originalartefakte entdeckt im Jahr 1917. Okay. Das können wir drühen. Oh, da ist noch einer. Können wir uns drehen, die Kamera so? Oh oh. 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 Die sind doch harmlos an sich. Oh da ist ein Alarmding dran. Okay, also die kann man schleichten irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen in der Gegend. Was steht hier? Wäre es ein Osttor? Okay. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Sachen gucken. Oh oh. Da ist einer. Guck mal, Ausrufzeichen. Kann der uns spüren oder was? Kann man irgendwie geduckt gehen? Da können wir kochen. Stofffetzen, okay. Kann man durchlaufen, okay. Stofffetzen, okay. Ich kann da auch rausgehen. Problem ist, da oben ist auch einer rumgelaufen, ne? Kamera drehen. Oh, Backe. Oh. Der hat uns erwischt, ne? Ich glaube, ja. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich mit mittleren Maustür muss ich auch drehen. Das ist ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Und damit muss ich aber auch fokussieren. Noch ein perfektes Lagerfeuer, aber es ist niemals zu sehr merkwürdig. Jetzt gehen wir da rein. Können wir nichts machen hier? Doch, können wir. Ich glaube, da kommt kein Zombie-Hund daraus. Hallo? Das wäre lustig, wenn da was rauskommt. Der Hund ist nicht zu Hause. Oh, da kommt einer. Oh, Backe. Tschüch. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Tomatensuppe. Eine delikate, dampfende Suppe aus reifen Tomaten. Permanente Wirkung beim Verzehrmaximum Treffer. Punkte 5. Okay. Können wir hier in den Kühlschrank gucken? Tomaten. Können wir mal gerade wieder abladen hier? Das ist gut, dass da gerade eine Kiste ist. Für eine Tomatensuppe brauchen wir noch ein bisschen, ne? Da ist er schon. Uäh. Raus, 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 raus. Oh, das ist nicht so. Das geht einfach rein. Okay. Das ist noch ein bisschen gewünscht, dürftig, aber wir kriegen das hin. Stoff, okay. Da noch was Tolles. Nicht wirklich. Stuhl können wir mitnehmen, können wir das kaputt machen? Ja, das können wir, wir brauchen eh noch Holz. Nehmen wir das. Oh, da können wir beides sogar, okay. Ist hier noch irgendwas? Wenn ich mal denke, dass ich hier im Badezimmer schränke noch was finden kann. Okay, hier war nix mehr? Ne. Doch da. Plastik, okay. So. Später können wir wahrscheinlich noch mehr kaputt machen, denke ich mal, wenn wir noch ein bisschen was verbessern. Okay, noch mehr Plastik. Da können wir auch noch nachgucken in der Kiste jetzt hier, okay. Nehmen wir schon. Noch mehr Stoff, okay. Okay. Gucken wir mal hier hinten weiter, da ist ja noch einer rumgelaufen. Ich weiß nicht, wie groß das jetzt hier ist. Okay. Bei denen geht das noch so einigermaßen. Da ist nichts mehr. Ist das hier eingeknastet oder was ist das hier? Okay. Oh, das kann ich auch kaputt machen. Ich nehme alles mit, ey. Wenn ich das alles mitnehmen kann, ich will alles haben. Ich will alles basteln. Ich muss allerdings gucken, dass hier nicht irgendwas rumrennt, was nicht so toll ist. Kann ich da drüber springen? Kann ich nicht. Ich kann aber jetzt hart auf hart kommt eine Rolle machen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wo geht's hier lang? Guck mal, da liegen Eier. Ich muss gerade erst mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriegt da. Können wir die Pilze mitnehmen hier? Nee. Da ist auf jeden Fall auch noch einer. Aber gut, das ist ein anderes Areal hier, ne? So wie es aussieht, okay. Bushaltestelle. Oh, die werden doch aufmerksam, oder? Ja, die werden aufmerksam. Oh, oh. Da hat er mich erwischt. Schiech. Da muss ich aufpassen. Kann ich mir gleich ein bisschen Leben zurückholen? Oh, ich kann nichts mehr tragen. Wir müssen erst gerade zur Kiste zurück. Das war nicht so toll. Da steckte ich gerade fest. Und ja, da habe ich erst mal kassiert. Das war nicht so nice. Da ordentlich Material zusammen, das ist gut. Nehmen wir den Rest noch mit. Wir büsten unbedingt was zu essen machen. Wir müssen noch eine Tomate finden, für eine Tomatensuppe. Ich hoffe, die bringen uns wieder auf den Damm hier. Ich glaube, man kann die Tore nachher öffnen, kann das sein? Okay, noch mehr Metall aus dem Auto. Kann man hier noch was finden? Sieht nicht so aus, ne? Ich finde gut, dass der Charakter sich so ein bisschen zu den, äh... Zu den Leuten hindreht. Das heißt, du kannst dann definitiv gucken. Da sieht's nichts. Okay. Moment, ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Da drüben. Hört sich an wie eine Funkantenne oder irgendwie sowas, ne? Bin mir nicht sicher. Oh, er sieht mich noch nicht. Okay. Oh, shit. Nein, nicht da. Oh, wacke. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Tchüch, das war jetzt knapp hier gerade. Da hat er tatsächlich ja erstmal den Busch anfeziert hier. Ich finde komisch, dass das hier so eingezäunt ist, so merkwürdig. In Areale halt, ne? Das scheint aber ein ziemlich großes Areal zu sein hier. Okay. Der hat mich noch nie mitgekriegt da drin, das ist gut. Oh, oh. Oh, den kann ich zu nun auch kaputt machen, wenn ich hier abhauen muss. Das ist gut, zu wissen. Ich will kein bisschen wissen, was da drinne noch ist. Sind auch bald wieder voll, hier, ne? Lieferwagen. Untersuchen. Okay. Metallkrimi aus dem Auto. Oh, da ist noch einer. Gehen wir gerade weg. Wir laden erstmal ab wieder. Was ist das hier? Voraussetzungen erfüllt, erreiche Erfahrungsstufe 5. Kommst zurück, wenn alle Erfahrungsstufe erfüllt sind. Okay. So kann ich dann hier Basketball spielen oder was? Wir laden mal ab. Das ist ziemlich abgefahren, das Spiel, muss ich zugeben, hier. So. Ich nehme halt alles mit. Das dauert halt ein bisschen länger dann. Ich denke, jedes Mal, das könnte jetzt kriminell werden, aber wir haben es noch geschafft. Wann eine Abrissbirne? 100 beliebe Gegenstände, okay. Da ist ein Punkt, siehst du das? Eine Tasse Keramik. Material aus Hochrätzen, nicht metallisches Material. Findet man am häufigsten im Badezimmer und Toiletten. Okay, was bringt mir das? Weiß ich nicht. Oh, oh. Okay. Eins ist nicht so schlimm, weil der braucht ein bisschen besser Haut. Und wenn da mehrere sind, wird es natürlich kriminell. Der hat uns jetzt gesehen. Ich könnte mithilfe des Verbindungsrooms die ganze Gegend scannen. Das wäre natürlich cool. Sollen wir das mal machen? Okay. Verbindungstürme in der Nähe geordnet. Ach du meine Güte, das ist ja eine riesige Map, ist das ja. Wir können die Türen öffnen und dann in andere Gebiete gehen. Landkater, behalte deine Umgebung im Blick. Okay. Wir müssen aufpassen. Der sieht mich aber gar nicht, ne? Okay. Okay, der ist auch weg. Hier können wir noch gucken. Das scheint ziemlich abgefahren zu sein. Ja, ich schau mal weiter, würde ich sagen. Ich muss noch ein paar Sachen sammeln hier. Und ja, was wir bis zum Sinn, würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.